Ich brauche Künstler und keine Pädagogen. Herr Bückli, Ihr Freund hat Ihnen einen Notenfund vermacht. Originalnoten von Bach. Wissen Sie, was das wert ist? In Brasilien müssen Sie persönlich Erbe in Befang nehmen. Ich soll nach Brasilien? Ja. Wissen Sie eigentlich, was Ihr Freund dort gefunden hat? Originalnoten. Du bist geraubt. Was? Meine Bachnoten. Du spiele mit ihnen. Ich werde finden, deine Noten. Das ist ein Zeh. Er will wissen, wie dir das Musikunterrichten gefällt. Musikunterricht, kann man das nicht nennen? Wie sagt Ihr neuer Freund? Alles ist möglich. Musikunterricht, kann man das nicht nennen? 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 Musikunterricht, kann man das nicht nennen?